Ich glaube, von der Location hier ist es sehr schön, an dem Wetter wie heute, wenn es so schön sonnig ist, kommt es richtig zur Geltung. Ich glaube, die ganzen Kids und Families können hier sehr viel Spaß haben. Es ist eine Art Strand hier natürlich, man hat hier viele sportliche Aktivitäten hier machen kann und man kann schwimmen. Und es ist ein schönes Gesamtpaket. Ich bin ja zum ersten Mal hier und ich wusste gar nicht, dass es in der Nähe der Stadt diesen tollen Ort gibt. Ein perfekter Platz, um zu schwimmen, mit der Familie und den Freunden was zu essen. Also ja, das ist ein toller Ort. Wir haben ähnliche Orte wie diesen mit kleineren Seen in Schweden, von wo ich herkomme. Ich mag es, schwimmen zu gehen und am Strand zu sein. Und hier hat man beides. Das ist perfekt. Ja, das ist perfekt. Bei uns heißt es ein Baggerloch, wo du halt so in der Natur schwimmen gehen kannst. Und das bevorzuge ich eher als ein Schwimmbad. Und von daher finde ich so was richtig cool. Ich weiß selber, wie es war früher als Junge oder als Kind. Es war natürlich immer was Tolles, wenn man dann Fußballer gesehen hat. Und von daher finde ich das entspannt und kann mich da auch wieder zurückversetzen, wie ich war als kleiner Bub. Und von daher ist alles entspannt. Es ist immer wieder schön, unsere jungen Fans zu treffen und mit ihnen Fotos zu machen. Sie schauen sich unsere Spiele an und wollen vielleicht auch mal Fußballprofis werden. So wie wir. Wenn wir also Zeit haben, treffen wir uns gern mit den Fans. Wir haben Zeit. Wir wollen alle Fans treffen.